gut weiter geht's mit cliff empire version 181 haben wir uns einen alten stand an vielleicht kommen wir zu denen zweimal die ich angefangen habe aber nicht weiter gespielt habe ich bloß abgespeichert weil es schöne oberflächen haben wir gehen noch mal kurz ein mal reinschauen kohle viel wasser jedenfalls schöne türme da hinten mit einem zusatzturm da na gut vielleicht spiele es einmal aber momentan kämpfe ich eigentlich mit dem anderen der dritte der mir ganz gerne gefallen hat halt wir wollen ja laden war der da ja da schiene so zusammengewachsen irgendwie da drei so drei so dinge und dann ist der in der mitte so verbunden mit einem riesen wasserbecken schauen wir mal wann ich anfangen aber jetzt zurück zu unserem lieblingsspiel momentan ach Mist irgendwann überschreiben den stand einmal wo sind wir denn da jetzt ja geschwindigkeit drauf ich habe schon gesehen dass da die brückenhandel da irgendwie was hätte produzieren alle schon so viel ich habe gar keinen brückenhandel mehr braucht ich werde jetzt einmal aussetzen ich werde alle mal herausnehmen da die brückenhandel da den auch den auf der seite jetzt schauen wir mal ob der von den mittlern was braucht was immer den obelisk gehört das ist okay wasser was er braucht ist sicherheitshalber das uran da werden wir mal nachschreiben dass man mindestens kaufen falls weniger als sagen wir mal 15 der 2 hat genügend der produziert nämlich uran und der 3er produziert oder 1er produziert auch nicht nur noch kein uran nicht nur noch kein uran wir müssen noch einmal auf kaufen falls notwendige setzen kaufen falls weniger als 15 so jetzt schauen wir wieder mal aus der 1er oder 3er braucht der noch was aber ich schauke na gell der 1er braucht man noch lokal das sieht ganz gut aus dann schauen wir mal was der 1er sagt ähm der 1er bei dem 1 müssen wir mal aufpassen was der macht er produziert ein bisschen zu wenig das ist okay die Äpfel sind naja dann haben wir schon ein Auge drauf halten ok jetzt schauen wir mal was die da handeln die Eisen äh die Eisen sage ich die Materie lassen wir mal den jetzt machen wir ja auf 150 das haben wir schon bei Verkauf und brauchen wir leider genügend Wein in Neujahr ist 75 Salat aber da ist ja viel Salat hm da braucht auch irgendjemand wer ein bisschen weniger Salat hat da ja hm 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 ok sagen wir mal kaufen ach jetzt ist das blöd da sagen wir mal das so hm 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 verkaufen falls mehr als ich schwöre schon mal 100 ok ok der kann doch noch eben brauchen na gut na gut machen wir produziert ja eine Unmenge Fisch haben wir leider keine Produktion da müssen wir kaum einkaufen bieren bieren schronauter gab man immer am Kollegen 75 das verkaufen falls mehr als na dann machen wir mal Uran nehmen wir weg den dort machen wir weg einkaufen den wir jetzt gerade nicht über das Handelsportal bsi da sehen wir den schreien wir einmal jeden 50 wenn wir mehr als 50 verkaufen 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 motoren brauchen wir jetzt momentan nicht energie naja salat ok dann propal moment zweier hm hm es produziert zu viel Trauben Wasser haben wir nicht so viel 75 ich glaube den sitzen wir lieber auf 100 hoch das ist jetzt klar dann können wir mal auf 100 runter sitzen den da verkaufen das ist jetzt mal mehr 50 äpfel sind verkaufen was mehr machen wir auch nicht motoren von 10 können wir mal machen und den kauft man nicht ein so dann probieren wir drei ok maß die Nahrung maß die Nahrung oh lord hier können wir auch 100 verkaufen verkaufen was wir überhaupt nicht den verkaufen war nicht Energie da können wir auch 10 runter gehen und da können wir auch auf 30 den weg ok sieht einmal ganz gut aus soweit aber das war das war ja 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 Oh. Ja, ja, Energie. Ich weiß keine, wie die Daten bei allen Löchern sollten wir anfangen machen. Lassen wir es erlauben, da ist der Betusch nicht besser. 2,270, 600, braucht auch megamassig Energie, gell? Baut leider ab. Hilfe! Baut weh. 2, ist auch da. Ich glaube noch Bond oder jeder, oder? Ja, baut sogar will auch da. So. Tja. Baut auch. Tja. Baut auch. So ein Sonnenkollektor vielleicht, oder? Haben wir da noch einen Platz irgendwo? Ich hab schon so viele dort. Da ging ich vielleicht noch eine einzige, oder? Bei Windräder habe ich auch die abbaut. Schauen wir mal, ob da der Sonnenkollektor hingeht. Schaut doch nicht gut aus. Nee, 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 nee. Will nicht. So ein Mist. So einen Kollektor könnten wir eigentlich auch niedriger bauen, oder? Schaut's denn da aus. So dunkel ist der Sicht mir aber nix. Naja, das gleiche. Ah, nein. So einen Kollektor hin. Zack. Also ich hab irgendwie gemerkt, dass die Batterieladestationen, die wenn man erhöht, die bringen da gar nix. Die können so schnell laden. Aber ich glaube eine einzige für 20 Sonnenkollektoren, oder was? Ja, ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch welche? Ich glaube ich hab da gar keine mehr. Schauen wir mal an die Wappt aus. Äh, ach da ist es. Auch nicht. Ne? Was ist das? Der Batteriespeicher. Okay. Jetzt ist er in der Nacht. Und wo bleibt denn die Arbeit? Ich sehe mich. Ja. Mal erleben. 3. Am 8. Ufangen. Er produziert kaum nix. Warum nicht? Die Sonne scheint. Hm. Interessant. Rät der da. Uf. Irgendwie... Keine Sonne, kein Norden. Ich will jetzt mal sehen, was da jetzt wieder lauter rein da los ist. Keine Sonne, kein Norden. Keine Sonne, kein Norden. Keine Sonne, kein Norden. Keine Sonne. 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 Oder wie, verstehe ich nicht. Irgendwie. Tja, das war's dann. Warum lädt der nicht? Achso, der kommt nicht zum Laden, so wie das ich. Der kommt nicht zum Laden, weil die Sonnenenergie niedriger ist als die verbrauchte Energie. Wo schaut's aus? Deswegen kann der da den Akku nicht aufladen. Was ist nicht schön. Wir haben nämlich bloß Sonne. Und Akku. Und die Kapseln, die haben wir da ja auch schon bei dem Titanen. Ach, das ist gar nicht mehr. Ich glaube, da habe ich gar keinen. Ja, das heißt, hier heißt also entweder Windräder. Mal bei euch hinzaubern. Mal bei euch zaubern, das ist gut gesagt. Platz ist keiner mehr. Oder. Ach, da ist das Kapselding. Aber ich krieg da zu wenig. Kapseln. Ich glaube, da kann's machen, was da ist mit den Kapseln da. Das klappt irgendwie nicht. Also Sonnenkollektoren bringt also so direkt jetzt nix. Kapsel bringt nix. Ah, da kommt er ja mal wieder. Ja, verreg. Jetzt kann er nämlich ein bisschen aufbauen. Okay, dann probieren wir mal was anderes. Hab ich beim 2 auch so ein Ding. Und beim 2 habe ich glaube ich gar nicht mehr. Beim 3 habe ich so auch. Und beim 3 habe ich so auch. Ja, also wie gesagt, ich habe bloß auf 2 Städten die Kapselgeneratoren da drin. Aber leider ist der Strom so unregelmäßig. Strom verbrauche ich es da astronomisch. Ah, jetzt ist meine Kapsel wieder weg, gell? Wenn ihr mich da ein bisschen schmatzen hört, dann schnappolier ich da gerade ein paar Lebkuchen nebenbei. Ja, ja, mit eurem Schrott da seid ihr gleich da. Was machen wir denn mit dem Strom? Das läuft zwar aber. Schön ist was anderes. Hey, 850. Was ist das denn? Ich weiß gar nicht, wo die das produzieren da. Wie muss das da mal irgendwie da ein bisschen stoppen? Stopp. Hm. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich mit dem Trätern bin. Ich weiß gar nicht. Irgendwie, ich müsste das einmal anders machen da. Mal den beobachten und einmal aussetzen, wer ist denn da am nächsten dran? Den deaktivieren, den deaktivieren, den deaktivieren, den deaktivieren. Der ist 50 zu fast 100, den lassen wir laufen. Also praktisch 25, 50, 75, 100. Mal schauen, der ist jetzt runden, der ist auf 60. Lassen wir den einmal stoppen. Den lassen wir jetzt mal ab 25 laufen und dann starten wir den. Wir lassen die alle laufen. Das geht ja mit rechts glaube ich. Jetzt lassen wir alle laufen. Und dann schauen wir mal, der ist bei 80, den wir mal bei 90 anhalten. Na komm. Na komm. Machen wir es gleich. 90, 90, 90, stopp. Der nächste, ah das ist ja der. Der nächste ist mit 75. Ah der ist schon ein bisschen drüber, der Hund. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. 50, stopp. Und den müssen wir laufen lassen bis 25. Dann reaktivieren wir die anderen. Dann schauen wir mal, dass die alle in so einem Viertelabstand daherkommen. Schauen wir mal, ob das was bringt. hmm 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 Amen. 3, 29, 50, 80. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. 3, 2, 1, 2, 1, 5, 6, 7, 8. Na komm schon, wenn es mal was wartet, dauert es ewig. Komisch, dass alle Hunde mit 100% laufen, aber wenn ich einen laufen lasse, sind es bloß 175. Eingartige Sache, den halte ich jetzt auch mal an, stopp, jetzt warten wir bis der auf, der ist ja auf 100%, dann können wir den wieder weiterlaufen lassen. Wo sind wir denn? Zumindest haben wir jetzt da mal gewonnen. Schaut denn der aus? Zwei. Und der da? Den habe ich ja deaktiviert, glaube ich, oder? Mann. So. Der hat zwei. So. Hmm. Vielen Dank. 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 Nein, haben wir eigentlich nichts. Vielen Dank. Okay, das ist fast gleich. No, gut. Vielen Dank. Okay. Höf! Wie soll ich das Haus machen? Ich habe das Pachtel gemacht. Schauen wir mal, dass der da mit dem Ding weghaut da. Schauen wir mal. Wir haben ja noch Salat, außer die Wolle. Nein, ich glaube nicht gerne. Das ist nicht wahr, dass ich mich so laut habe. Gut. Große. Trading Platform arrived. Das bringt ja irgendwas, außer hübsch zum See. Das bringt ja irgendwas, außer hübsch zum See. Tja, da könnte man den da hinbauen. Ein Wohnhaus. Und... Puh. Perzentalbank. Bürogebäude. 25... Könnte vielleicht eher Bürogebäude. Puh. Puh. Ja, was bauen wir denn da noch hin? Das ist eine große Zentralbank. Habe ich die schon? Ne, das ist ein Büro, oder? Bürogebäude. Aber Banken habe ich eigentlich schon zwei. Ein Bürogebäude. Ein Bürogebäude. Ein Bürogebäude. Habe ich mal einen Stadtplatz einmal. Neu. Aber dann gehen wir noch immer noch weiter. Das wird mal spendet aber. Ja. 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 Es ist ein Bürogebäude. 23, aus Batterie und Wind, Wind bringt bloß 115. Interessant, dass da die Sonne schon rund wunderschön ist. So. 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 Ich sage ja, das produziert einfach zu wenig. Zu wenig. Ja, das war mir bei Helm geht. Okay, jetzt.